Hey ho Leute, willkommen zurück zu Rayman Origins und ich hoffe, Fraps macht jetzt keine Kacka mehr, denn ich hab ja richtig vollstes Vertrauen in dieses Program. Oh man, hat sich das gerade kackern gehört. Äh, wo waren die stehen geblieben? Genau, in den fiesen Früchtchen. Aber, ich habe was vergessen. Das, äh, hab ich ja im Part 34, das war ja ein Angehängter. Ich muss noch den, äh, Zahn da zurückgeben, an den Typen. Ähm, das habe ich vergessen. Oh, jetzt stand ich innen drin. Zack, hier hast du deinen, äh, 1, 2, 3, warte, wie viel hat der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zähne. Okay, das ist also sein siebter Zahn. Achso, steht ja auch da oben. Oh, ich bin so blöd, ne? Oh man. Ähm, ich denke mal, wir werden weiterhin mit Rayman spielen. Und ab 220 kriegen wir dann hier den, äh, Super Rayman. Wird schwer, den zu bekommen, schätze ich mal, denn, äh, ne? 158 haben wir. Und, äh, fiese Früchtchen. Ihr seid dran. Fiese Früchtchen. Oh man, 3DS war noch an. Oh, verdammt. Ja, egal. Oh, was ist das? Hier links ist nichts versteckt. Geschlagen kann ich es auch nicht. Okay. Moment. Das war eine coole Spiegelung. Oh ne, schade. So, du versteckst doch sicher... Oh, ein Herz. Das ist, äh... Das, oh. Das, äh... War jetzt irgendwie unerwartet. Moment. Moment. Hier oben ist nichts. Okay. Oh. Ah. Euch. Achso, ich kann nicht nur, äh... Oh. Was der gerade machen wollte, weiß ich gar nicht mehr. Ah ja, stimmt. Die, äh, hauen noch, ähm... Schießen doch... Oh, verdammt. Das war dumm. Die schießen doch Feuer, glaube ich, oder? War das nicht irgendwie so? Oh. Euch. Will ich... Ey, nicht klein machen. Euch will ich noch hier kriegen. So. Wir wollen ja alles haben. Warum kann man hier hoch? Weil da Lumps sind. Okay. Und auch nicht zu wenig. Nein. Oh. Hier ist... Hier kann man noch hin. Gut. Oh, schon wieder ein Herz. Das ist cool. Oh. Nein. Was ist das für eine Zitrusfrucht? Auf jeden Fall... Sieht sie anders aus als im echten Leben. Opsa. Und... Oh, mit Schlagen kommt man hier also ehrlich hoch. Und... Oh. Das erste Secret. Also das mit dem Schlagen mit dem kleinen Viech ist schon recht cool. Ähm... Also wenn man klein ist, nicht das kleine Viech. So. Oh. Hey. Das war also zum Draufstehen. Ich hab's einfach mal zerstört. Warum nicht? Warum nicht? So. Du, äh... Ne. Du willst nicht runterfallen. Okay. Zack. Oh. Also schlage ich auch die unter mir weg, wenn ich, ähm... Den Rundumschlag mach. Okay. Das ist, äh... Sollte man sich auf jeden Fall... Oh. Merken. Sollte man sich... Oh. Nein. Oh. Okay. Ich sehe schon, es können schwerer werden als gedacht. So. So geht's natürlich auch. Und... Einmal auf den. Zum Glück fallen die nicht runter. Also bin ich... Hier relativ safe drauf. Außer natürlich, wenn man die kaputt haut. Ne, Raymond? Oh. Oh. Hey. Du sollst hier... Oh. Okay. Äh... Da muss ich tricky vorgehen. Ansonsten wird da hier nix. Dann können wir morgen hier noch ein bisschen spielen. Das ist so... Dicht kaputt. Jetzt kann man auf den... Auf den... Und rüber. Hey. Jetzt macht das nicht kaputt, oder was? Wie soll ich denn hier vorbei? Oh. Ach, da habe ich mir gemerkt, dass da... Äh... Hier so ein... Was ist das eigentlich? Eine Fischpackung. Ach, hier sind alles Fische drin. Das habe ich gar nicht so... Ich habe gar nicht drauf geachtet. So. Einmal runter, Raymond. Oh. Oh, ist das fies gemacht. Oh, ist das fies gemacht. Raymond, Raymond, Raymond. Das ist wirklich richtig fies gemacht. So. Kaputt gehauen. Rüber. Rüber. Mal hier hoch. Hier haben wir unseren sicheren Platz. Was war das für ein komischer Sprung? Keine Ahnung. So. Jetzt ein bisschen versuchen, hier nicht allzu viel zu zerstören. Und runter. Raymond, runter. Äh... Raymond, runter. Ah, oh. Ah, okay, okay. So macht das auch alles wieder Sinn. Ähm. Wieder dranhängen. Raymond, bitte dranhängen. Okay. Kaputt. Kaputt. Und zack. Einmal durch. Und... Oh, sorry. Puh, okay. Das war schwerer, als es aussah. Da muss man langsam und gut überlegt vorangehen. So, weiter geht's. Ich bin wieder klein. Das ist kein Problem, denn, äh... Irgendwie mag ich klein. Da unten ist, schätze ich mal nix. Denn, äh... Klein ist einfach so cool. Da man sich hier so schön hochschlagen kann. Oh, ho, ho, ho. Raymond. Hier einmal mitnehmen. Puh. Haben wir so neulich, krieg ich hier unten. Ist... Nee. Auf... Ich glaub nur ne Falle oder so, ne? Apropos Falle. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen sehr bekloppt, aber, äh... Hey. Dann geht er nicht da rechts rein hin. So, einmal wieder hoch. Hoch. Oh, hoch. Huhu. Obster und... Hey. Oh, da ist er untergefallen. Und das tut mir natürlich leid. Nichts. Ähm... Weiter geht's. Äh... Kleine Lecks zwischendurch. Soll nicht heißen, dass ich das abspürze. Oder? Oh. Cool. Ein Lumpf. Aber hier oben ist sowas, oder? Ja, eine goldene Münze. Und da wär ich voll in den Tod gestürzt. Oh. Dann lass ich die doch erst... Oh, oh. Erstmal raus. Gut. Jetzt können wir uns... Gönnen. So viel zu... Gönnen. Und da unten ist ne... Die nehmen wir mit. So. Denn allzu schlimm kann es hier nicht sein. Wie komm ich denn jetzt da oben hin? Sag mir das mal. Bitte Raymond. Ah, so klappt es. So klappt es. Oder einfach hier abstoßen. Nee. Also ich muss wirklich... Von hier. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Naja, ich habe eigentlich gar nichts gesagt, aber... Ich habe es richtig gemeint. Oh. Nicht so, mein Sevierer. Nicht so. Wir wollen noch... Ich erwünsche doch bitte Gastfreundschaft. Ach, hier ist wieder eine Pinata. Oder eher so ein Ding. Das sehr, sehr fies gemacht worden ist. Aber das sage ich öfter. Das ganze Spiel ist fies. Alle mobben mich. Uhuhu. Oh. Äh, ja. Das ist jetzt auch... So eine Sache. Der Kleine, der kommt da raus, ne? Den lasse ich jetzt auch erstmal. Kleiner, willst du nicht irgendwie raus, so? Oh, nein. Jetzt hüpft der Kleine mit. Feucht, fröhlich. Nein, nein, oh man, Leute. Denkt doch nicht. Oh, man. Ach, hier könnt ihr schon runterspringen. Da, äh... Erwartet euch, äh... Frohes, äh, Gemüt. Ne? So, ich will hier doch eben... Den Lums, aber das war leider nur einer. Das sah nach mehr aus. Aber da wurden wir getäuscht. Kein Problem. Hier sieht es aus, als wären... Müssen wir da hin, aber dann, äh... Oder? Müssen wir hier hin? Müssen wir überhaupt hin? Ne, wir müssen hier nicht hin. Da gab es nur ein paar Lums. Okay. Hier auch wieder ein paar. 172 haben wir jetzt. Das ist doch relativ viel. Hier war wieder nix. Das Herz gibt mir doch, äh, relativ viele Lums. Da will ich doch zugreifen. Warum nicht, äh... Achso. Das Ding nimmt uns also auch mit, wenn wir fett sind. Zweites Secret gefunden. Wow. Oh nein. Wieder sowas. Ist das ein Schwamm vom Hüpfen? Okay. Äh, wo bin ich? Wow. Ich hab mich gerade irgendwie, äh, aus den Augen verloren. Oh. Da platzt der einfach mal. Ich wollte noch hier ein paar, äh... Lumen abluxen. Zack. Und da kriegen wir schon den zweiten. Wir haben beides Tricks. Das heißt, wir müssen nur noch beenden und, äh, auf Punkte gehen. Wird gemacht, Sir. Wird gemacht, aber... Ho, ho, ho. Oh, das, äh, ging noch erstaunlich gut. So, dich lasse ich jetzt hier einmal... Huah. Was ein Manöver. Oh, da kommt der Fette. Nein. Ach, jetzt gab's da eine kleine Stelle, wo ich runterfallen kann. Du fiese Jung, du. So, komm, weißt du was? Hier. Da oben ist doch was. Das, das seh ich doch, äh... Mit meinen Super-Augen. Hu, hu, hu. Da, äh, dachte ich schon, ich, äh... Hätte das Zeitliche gesehen. Schabedebuk. Hier wieder ein paar Lums. Jetzt... Warum die Kamera jetzt so groß wird, weiß ich auch nicht. Soll mir das irgendwie irgendwas sagen? Nö. Okay. Boing, das... Oh. Fies. Oh. Springen. Hä, wie soll ich denn da hoch? Okay, da, äh, hätte ich schneller sein müssen. Das ist jetzt, äh... Och. Jetzt. Ja. Warte mal auf mich zu mobben hier. Oh, Mann, Stiefelkreis. Moment, ich will doch nur hier hoch springen. Genau so. Zack. Okay. Na, guten Tag. Da, äh, lasse ich mich vielleicht sogar umbringen. Nur um hier... ...alle... ...Punkte zu kriegen. Denn, ich schätze mal, wer wäre hier hingegangen. Aua. Hä? Wie soll das denn möglich sein? Say me, please. Das kann doch nicht dein Ernst sein hier. Oh, doch, das kann dein Ernst sein. Das ist Raymond Ernst. Was sagst du dazu Ernst? Also, aus Ernst? Da ist auch irgendwie so einen richtig schlechten Witz zu. So einen, wie ich gerade gerissen hab. Da oben ist, was ich will da hin. Dann habe ich doch gesehen. Kann ich da überhaupt noch hin? Ja, ich kann mit dem... ...Propeller-Trick, jo. Denn, äh... Höher komme ich ja. Danke. Und tschüss. Okay, okay. Hier machen wir wieder den... Oh, gewagten Sprung. Und, äh, tun uns weh. Hier, äh, wollen wir nicht lang verweilen. Äh, kann mir mal einer sagen, wie ich das machen soll? Vielleicht so ein bisschen auf- und abwippen und dann springen. Äh, ups, ah. Ne, also da müssten die ganzen... ...Dinger noch geblieben sein, aber... ...hier sieht's doch noch was aus. Ne? Ja, gut, okay. Oder... Verdammt, hier ist die letzte... Oh. Da, äh... Ich hab 285. Ich versuch noch mal... ...das hier zu machen. Aua. Ne, komm. Was soll dat denn hier? Ich, ich, äh... ...hätte mich da nicht, äh... ...hätte ich mich da nicht wehgetan? Hätte ich... ...ja, genau, dann krieg ich hier noch das Herz. Und das... ...och, ich bin so doof, ne? Umbringen. Ich will das Herz haben, verdammt. Okay, okay, okay. Jetzt natürlich... ...ja, da komm ich wirklich nicht dran. Was, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, kann ich hier, äh... ...ne, das Herz kann ich nicht mehr mitnehmen? Okay, okay. Hey, was sollte das denn? Warum würde ich da weghauen? Hier krieg ich nicht mehr genug, ne? Oh, 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 oh. Ne, krieg ich anscheinend nicht genug. Ach, Raymond. Spring doch mal richtig. Ja, das war doch ein guter Sprung. Der war doch super. Hä? Willst du mich veräppeln? Ach so, der muss hier runterspringen. Okay, tschüss. Och, 291, ey, da kann ich mich doch nicht zufrieden mitgeben. Ich suche nochmal ein paar Punkte. Auch wenn es sich jetzt in die Länge zieht, aber... Oh. Ah, ne, jetzt das Herz wieder von vorhin. Hier ist noch einer. 292. Aua. Muss doch hier zu schaffen sein. Ja! Okay. Das hat sich, äh, dann... ...wohl entschieden. Und jetzt das Ganze ohne... Och. Das war natürlich sehr, sehr... Oh, jetzt muss ich wieder zurück, ne? Jetzt hat er das nicht als Checkpoint bemessen. Ja, nicht bemessen, aber, äh... Naja, ihr wisst, was ist meine Rauer. Und da haben wir schon wieder ein Herz verloren. Das ist, äh... ...huch, huch, 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 huch. Da hat er meine Haare geschreddert. Komm, das habe ich doch gerade auch geschafft. So geht es, okay. Das heißt, ganz nach links... ...und, äh... ...genau im richtigen Zeitpunkt. Den Propell... Verdammt, da war es doch. Da war es doch. Das... Ja, nein, ich bleibe, bleibe, bleibe. Was soll das heißen hier verlassen? Wie will ich verlassen? Och. Ich weiß nicht, wie man es schaffen soll. Also, aua. Schon wieder ein Leben verloren. Wie bin ich da denn vorhin drangekommen? Das muss das zu schaffen sein. Nee, komm, dann... ...dann will ich jetzt hier... Ja. Durch. Und... ...einmal hoch. So, und jetzt schaffen. Bitte, Raven. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Du willst mich doch veräppeln, oder? Du willst mir doch ehrlich... ...grad hier vom Pferd erzählen. Kann der da hochklettern? Ja, kann der da hochklettern. Aber jetzt schab ich es auf. Direkt beim ersten Mal. Jetzt habe ich nämlich einen Trick raus. Kein zweites Mal, mein Freundchen. Kein zweites Mal. So. Und jetzt haben wir ein Herz. Was? Nein! Ich werde hier verrückt. Ich werde hier verrückt. Ich kriege hier schon ein Super-3, äh... Also, ich... Ich nehme mir gleich die Tastatur. Ah, geht ja gar nicht am Laptop. Dann halt... ...den ganzen Laptop. Nein. Der wird zwar gut, ne? Mit der Tastatur. Äh, ich habe ja noch... Ah, Mann. Ja, da, äh... ...kann ich mich doch eigentlich schon mal umringen, denn... ...ich habe nichts erreicht gerade. Das ist aber wirklich super schwer, da dran zu kommen, ne? Okay. Dann nochmal... Oh, hoffentlich, ne? Ich kriege hier wirklich... ...ich kriege hier den Kolombs, ne? Ey, wenn du mich gleich schon direkt fertig seht... ...dann wisst ihr, ich habe nichts mitgemacht. Oder ich habe es jetzt direkt. Das war... ...mir zu knacken. So. Hoch. Und... ...hier alles weghauen. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich habe zwar eine Gewicht gekriegt, aber ich habe geschafft. Uh, 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 uh. Oh, Mann. Da fehlt uns nur noch das Zeitrennen. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. 319, ey. Meine Güte. Und wir können noch nicht mal einen Speedrun jetzt hinlegen. Mist, die Kacka, aber dafür haben wir beide Elektrons gekriegt. Das hat sich doch gelohnt. Ganze 5 Stück kriegen wir jetzt mehr. 5 Stück. 5 Stück. 5 Stück. Okay, gut, mit 5 Stück. Und 319. Yay. 31. Hätten uns gefehlt, aber pff. Ich würde das so nicht mehr zusammenkriegen. Egal, wie ich mich anstrengen würde. Fiese Früchtchen. Und wie viel haben wir denn? 163. Das ist doch allemal. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann können wir auch schon das nächste... Uh. Den nächsten Endboss machen. Und auch den nächsten Schickenschatz. Also, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es heißt, let's play Rayman Origins. Bis zum nächsten Part. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ganz ehrlich, tschö.